Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Jetzt komme ich wirklich viel besser mit ihm klar. Am Anfang dachte ich, er würde dieses königliche Geschirr nie im Leben akzeptieren. Aber guck jetzt, er hat sich ganz und gar daran gewöhnt. Die Gefühle des Anderen zu verstehen, darauf kommt es an. Dort hinten erhebt sich der Berg Ranel. Nel ist ein alter Name für Nairo, die Göttin der Weisheit. All jene unter 17 Jahren sind noch nicht weise genug, den heiligen Berg zu betreten. Mit diesem Brauch wird die Göttin Nairo geehrt. Ob in der Quelle der Kraft oder der Quelle des Mutes, nirgendwo sind meine Fähigkeiten erwacht. Vielleicht ist es hier anders. Die Quelle der Weisheit ist mächtig, sie enthält Nairos Weisheit, also vielleicht. Ich weiß, dass ich mich damit an Strohhalme klammere. Aber ich muss jede Möglichkeit nutzen, die sich mir bietet. Und sei sie auch noch so klein. Morgen ist mein 17. Geburtstag. Ich gebe nicht auf. Ich werde zu diesem Berg gehen. Be sure to take the time to soothe your mount. That's the only way it will know how you truly feel. Your advice was quite helpful, thank you. This little one and I are getting along quite well now. At first, I wasn't sure if I should outfit him with all of the royal gear. I thought maybe he should have to earn it first. But it works. He wears it like a true natural. I'm trying to be a bit more empathetic. Benefit of the doubt, you know. See that mountain? That's Mount Leneiru. It takes its name from the Goddess of Wisdom. Leneiru's decree is very specific. It says no one is allowed under the age of 17. For only the wise are permitted a place upon the mountain. I've prayed at the spring of courage and at the spring of power, yet neither awoke anything inside me. But maybe up there, perhaps the spring of wisdom, the final of the three, will be the one. To be honest, I have no real reason to think that will be the case. But there's always the chance that the next moment will change everything. Tomorrow is my 17th birthday. So then I shall go and make my way up the mountain. You know, you were right for my horse. With patience and patience, everything will be a lot better. We're not able to understand it now. We're going to end up becoming real friends, he and me. Like he is now docile. I was sure he would never accept the royal harness. I was well trompé. Look, he's used to it, right? Like what, when we're at the place of others, it changes really everything. It's the mountain of Lanelle, there-bas. She takes the name of the goddess of the sagesse, Neiru. You know the custom, of course. Nul ne doit s'aventurer sur la montagne avant ses 17 ans. C'est l'âge de la sagesse, auquel chacun peut fouler les terres de la déesse sans l'offenser. La source de la force, la source du courage, aucune des deux n'a pu éveiller mon pouvoir. Mais peut-être, peut-être que si je vais là-bas, à la source de la sagesse, cette fois, je me fais peut-être des idées, mais ça ne fait rien. Tant qu'il restera une chance, si infime soit-elle, je dois y croire jusqu'au bout. Demain, j'aurai 17 ans. Demain, j'irai. Je me rendrai sur la montagne. Je me rendrai sur la montagne. Je me rendrai sur la montagne. Je me rendrai heureux. Et ça, j'ai un onêté ? Ich schaue das Montag. Ich hoffe, es ist es zu manifestieren. Aber in dieser montagne ist man die Fonte der Saggezheit. Und vielleicht, um dort zu sein, ich werde nicht mehr probieren. Ich habe keine Probe. Aber wenn ich eine kleine Sperre, ist, wie fragile, ich muss mich mit mir glauben. Ich will morgen, ich werde 17 Jahre alt sein. Devo provarci. Andrò su quella montagna. C'è un bel giro. Die Mattei werden von dem Gäupte von Neel gesucht. Dürfen ist der Nähe des Gäuptesiete, die der Gäuptein des Gäuptein. oder der Herr der Gäuptein, der Gäuptein ist ein ganz hartes Gräuptein. Das sind die Schöpfein des Gäuptein. Was ist ein, was ich an diesem Land zurbli gekommen ist? Was ist benefic? Ich will nicht nur an diesem Land, was ich an dieser Land zu sein. was, was ich, was ich bestimmt, wenn ich, was ich an dieser Land zu sehen, dass ich nicht nur noch. Kann ich hier mal sein. Das ist ja nicht, was ich jetzt noch nicht so. Ein Verrückterer, wenn ich es nicht so ist, Aber nur noch, wenn ich es besser wäre, denn ich würde es nicht nur noch einmal, wenn es sich cool ist. Ich bin 17 Jahre alt. Ich werde mich in diesem山 gehen. Ich denke, wir gehen. Сначала мне казалось, что королевская сбруя ей совершенно не идёт. Но прошло время, и ты знаешь, мне даже стало нравиться. Научиться чувствовать друг друга – это же самое главное. Видишь, вон там вдалеке гора Ланейру. Её так назвали в честь богини мудрости Нейру. На гору ступит не юный глупец, а тот, кто достиг. Семнадцати лет – так гласит местная легенда. Не источник силы, не источник храбрости не помогли мне обрести священную силу. Источник мудрости на священной горе – это моя надежда. Последняя. Вряд ли он мне поможет. Но если есть хоть какой-то, пускай маленький шанс. Надо попытаться. Завтра мне исполнится семнадцать лет. И завтра, я взаиду на эту гору. Продолжение следует... Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова Корректор А.Егорова Der Name kommt von Nairu, die Frau von der Sabidurie. In einer alten Tradition, die 17 Jahre alt sind nicht aufzunehmen. Sie glauben, dass sie nicht die Sabidurie genug sind, und sie können die Frau von der Sabidurie nicht aufzunehmen. In der Fuente des Poder, in der Fuente des Valors, bin ich in der Fuente von mir zu despertieren. Ich werde mich in diese Fonte, in die Sabidurie herausstellen. Ich kann mich nicht verletzen. Aber ich kann mich nicht verletzeln, aber ich muss mich nicht verletzeln. Ich werde mich auch nicht verletzen. Ich glaube, es ist die Zeit zu gehen. Untertitelung des ZDF, 2020